Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball, Schuss, weiter gefährlich, da ist er drin, und das war er, der Lucky Punch. Das Tor sehen wir jetzt nochmal in der Verlangsamung. Da hätten sie ihm helfen müssen, erst hält er noch Klasse, aber dann, was soll er machen, wenn die Verteidiger pennen? Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive.